Okay, also solange er auch in Führung geht oder bleibt, kann ich ihm das ja recht sein. Holger macht dann für mehr die Glückskombis oder Glücksstöße. Ja, und jetzt hier auch wieder, sieht auch schon ein bisschen gerade aus in Richtung Tasche, hat sich Holger jetzt auch angeguckt. Man könnte dann noch wahrscheinlich Nachlauf oder Zug reingeben, einfach aufpassen, dass die Achter nicht im Wege liegt und dann sollte das kein Problem sein. Uiuiuiuiui, da hat er aber auch, da hat er aber einen Zug reingegeben. Das war mal richtig geile Co-Action Holger. Ja, das sieht ja jetzt schon wieder ein bisschen ausgeglichener aus zwischen den beiden. Na, ich habe da schon ein bisschen körpergefähig gesehen beim Holger. Alles klar. Ja. Alles klar. Ja. Danke. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020